Warte, warte, warte. Keine Zeugen. Ich glaub, wenn du loslachst. Brr. Sollten wir es schaffen, ne? Ganz gechillt. Ja, da kommt ein Heli. Wo kommt ein Heli? Oh shit. Oh, warte, du sollst dich jetzt den Fall schießen, Alter. Komm her, du. Komm her, du. Die macht sich kalt. Weiter auch weg. Yeah, wow, 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 wow. Oh, Headshot. Warte, kann man halt hier auch? Oh, 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 oh. Ah, der kann man nicht. Die Kanadwerferkistole. Ja, das wäre krass, Alter. Das wäre totale Eskalation. Nur, als es ab geht, Alter. Du gehst doch voll ab, ey, ich hab mir den Baum rein. Ja, ich wollte hier nur über die Schale, äh, Blockade drüber. Ja, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Heli. Heli. Der Heli ist ja in den Berg gekracht, hast du gesehen? Äh, wir liegen auf dem, ja, ich hab's gesehen, wir liegen auf dem Dach. Komm schon. Du bist jetzt, Alter. Offroad-Reifen wird benötigt. Äh. Jetzt geht ab. Komm schon. Ja. Heli geht ab. Sau. Ach. Diese Büsche ziehen einen so rum. Das ist die Scorpion, oder die Ak... Es fängt zu hoch. Mini, Mini MP. Äh, das ist Bonus. Ja, geil. Also. Ah, nein. Bremsen, Rückwärtsgang, Langsam. Oh shhhh! Falsch, rumgedreht! Nein! Es gibt Gas! Nein! Gib's da! Nein! Okay. Warte, das funktioniert, das funktioniert! Nochmal! Fahr ein bisschen durch rechts her. Komm schon, nochmal! Oh fuck! Rechts, du musst dich rechts halten! Das funktioniert nicht! Du musst da rechts hin! Okay, okay, okay. Ich komm nicht so hoch! Komm! Nachschlags-Rakete! Nochmal! Schade. Warte, Landung, Junge. Hol dir, Alter, wir holen uns jetzt den Cargo-Bock dabei. A few moments later. Okay, komm her. Komm her. Wow! Das ging aber schnell wieder nach. Alter, das lädt ja voll schnell nach. Ich weiß, ich bin mal hoch. Brauchst du? Nee! Da ist Wasser. Da treibst du. Ja! Okay, bereit? Ich bin bereit. Das geht doch mal! Es geht doch nicht! Ich glaube, man muss fahren, damit sie wieder auflädt. Ja, muss man. Und dann geht doch! Ja, und jetzt lese ich wieder auf. Schau! Warte, komm auf und da! Scheiß auf den Heli! Du bist schon ab, Alter. Nein, ich will auch steigen! Du stellst dann aus, wenn du schon in Bewegung bist, ne? Richtig fail, Alter. Bis durch! Ach, es gibt auch eine Rohrzange, dass du nachkampf warst. Au! Du hast einen Flickflank gewandt, Alter. Hab ich ihn nicht gesehen. Ok, wo bist du? Tot. Eins gegen eins, das willst du denn, Alter. Achso, oh ne, ich wollte eigentlich schneller respawnen. Da bist du. Du hast so richtig getroffen, Alter. Scheiß Müll, ey, die haben schon nur mit so schließlich gegreifen. Ab geht da, Junge! Vollgas! Warte, ich will doch sch... Und das will ich ausprobieren, wir wollen Zivilisten, Alter. Was denn? Ich will die abfackeln. Warte, fackelt mich ab. Ja, weiter, Junge. Okay, bereit? Ja. Boah, Alter, wirst du wie weit ich geflogen bin? Es ist mich tot. Scheiß drauf, ich bin auch, Junge. Komm her. Warte, warte. Warte, wir stehen! Jetzt, 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 weil da ist ein Auto. Stopp, Junge! Haha. Voll, voll, das Auto geklatscht. Ja. Aber ich komm zurück. Ja, ich komm zurück. Erstmal komm, fühlst du das im Motto. Boah! Du bist da... Toro, Toro sagt das im Motto, ne? Okay, komm mal, komm mal, komm mal. Oh fuck! Jetzt, 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 jetzt! Jetzt aber! Das ist zu weit! Das ist zu weit! Nein! Warte, warte, warte! Oh, diese Rutsche hier! Warte, jetzt! Jetzt, 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 jetzt! Ja, komm! Komm schon, alle! Einmal geht noch! Ja, 11! Ja, richtig! Hat auch nur 5 Minuten gedauert! Ah, wir sind auf dem Weg! Ah, jetzt fahren wir auf dem Weg runter, irgendwie! Nein! Ballschirm zu füllen! Nein! Brems! Warte, ich hab die Idee, ich hab die Idee! Oh, scheiße! Brems! Oh, fuck! Alter! Ich, fahren kann er! Ja, da komm mal nicht hoch, das war klar! Das haben wir schon gesehen! Brems! Komm schon! Jawoll! Hat er gemacht! Also, mit meinem normalen Auto ist er 5 mal runtergefallen! Scheiße, ich bin gleich tot! Knall sie ab! Knall sie ab, knall sie ab, knall sie ab! Wenn du schon scheiße fährst, kann ich dann nicht! Ich fahr die scheiße! Kit fährt selber! Ich sehe nichts, Alter! Schieß einfach irgendwo hin! Okay, und jetzt? Welche Seite runter? Ich dachte, ich würde das Zivilisten erstmal abknallen! Warte mal eben! Die Schamse runter? Die Schamse runter? Die Schamse runter! Jetzt reicht's mir, Alter! Ich übernehme die Hedis, Alter! Mein Gott! Er ist da weg! Hab ihn! Okay, wieder rein! Macht's gut, Jungs! Nice! Wie schamste? Fahr einfach geradeaus! Fahr einfach irgendwo runter, mir doch egal! Der Heli dahinten! Wo hast du dem Heli hin? Ah, komm jetzt! Okay, komm! Warte, warte, warte! Den hole ich wieder! Ah, ich komm nicht so weit runter, warte! Fahr schon blöd, einfach! Ah fuck! Hoch 10! Wo ist der Heli? Der ist da und der liegt da auf dem Berg! Hinter uns! Backflap! Abgemahlen! Falschirp! Nein! Geh auf! Geh auf! Oh, Alter! Alter! Nein! Ich bin aus dem Fahrzeug geworfen! Ja, es lag auch so die Karre! Scheiße! Naja, wenigstens sind wir in den Berg hochgekommen! Ja, wir gucken mal, ob man das AP erst bestellen kann! Halt! Wir gucken mal, ob man das! Wie? cido Wilen! Wilen! Alles! Wilen! Schrei! Wir gucken mal, ob das die Kamera gel!!! Vielen Dank.